einen wunderschönen guten tag meine freunde willkommen zu einer weiteren folge nla was haben die zwei beim letzten mal gemacht sie haben angefangen die luna base zu reiten und da gehen wir jetzt wieder rein viel spaß der ist halt der giga ist fade alter der andere giga stack unten den uti haben sie ignoriert ja der lebt dann vorbei die sind auf den reaper und den giga hier liegt ein gamer mit full kit moment einmal china kit zum mitnehmen hat er eine waffe ja der hat alles hat auch rocket launcher rockets guck rein take all boi lol das magma guck mal mit ich hab dich schon crafting station so was gesehen warte wo bist du hin da oben beim magma ja hier warte ne 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 dahinten oder irgendwie sowas bei ne war doch nicht gut gatschers null mana da steht noch mehr gigas oder ist ein kloning chamber oben guck mal und da hinten ist ein pve greenhouse der gatscher hier guck mal das ist hier so eine extra so eine gatschafarm auch ne ja ich weiß mit eule und scheiß ich komm also noch mehr gegios guck mal guck mal wie viel da stehen die sich ja so eingesperrt mit so ein gate so eine auto auto beiter schweine oder liegen hätten da liegen turtle eier guck mal eine automatische hatchery oh wie viel uff werden alle mitgenommen da hinten sind noch wyvern alter wie viele turtles hier stehen das glaube ich main breeding hier nicht noch ein gamer das ist übel manas hat der was wahrscheinlich der breeding slave sieht der wiper die wiper an wie geil hier aus mhm die ist fick ja aber ist auch schon ne ist sogar noch ne ist nur gammelmeet was haben die hier für manas 262 Junge was ist das da oben für ein riesen plateau man siehst du das da oh turrets tag turrets fuck jo da bloodstalker und da ist die crafting station übel bloodstalker aber hier kannst ja halt nix attacken hier ist doch die ganze scheiße auf neutral hier guck mal mit lass mal andere seite rumlaufen wo war das turret ja da bei der crafting station in der mitte war ein tag turret ich weiß nicht ob da auch ein heavy ist ja ist auch ein heavy glaube ich ja aber maybe können wir das line of sighten und dann rocket schießen du hast ja noch rocket ne ja ja obwohl wenn du rocket schießt ist alles agro mein da steht kein heavy auf dem turret tower oder was ja bei der crafting station musste ich wo bist du ich bin jetzt beim skiff warte warte bleib da muss ich an der wand du musst die wand haken hier die linke seite oder rechte seite die linke natürlich ja was weiß man nicht ich würde sagen wenn das ausnahmen geht so guck mal da sind drei tag turrets auf so einer pillar da ist kein heavy glaube ich das ist aber nicht der tower den wir von anderen seite gesehen haben ja ich weiß aber versuch mal wenn du jetzt hier irgendwie nach hinten gehst da war eine rocke drauf zu knallen ja dann muss ich aber noch einmal den jeep machen danach ja oder du gibst dir dein ganzes stuff und droppst und gibst dir die warte mal mach das einfach mal so hier ich jetzt oder was yes schwein Junge du kriegst sogar zwei rockets wo willst du hin auf den zweck Junge hast du dann ein rocket drin ja ok dann mach ja leider iiiiiiiiiiiiiiiiiiii geiii haha haha oh 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 ja passt alles gut ja war noch ein turret tower guck mal wir sind safe wir sind safe zu mir pass auf der schießt da maybe gibt mal noch ne rocket jo hier rechts ist übrigens auch noch ein magma ne ja hab ich gesehen hier hoch ohne das Tourette schießen ich guck da ja sieht gut aus ja das ist ein bigger terum was aggro ist sau das muss noch ein turret tower sein das ist karkinos auch trix und den scheiß und wie viele abgefuckte gigas hier hängen das ist über die mainbase hinten mhm auch voll auf hübsch so kann ich hier kollege da schon mal vorbei dieser luna schosch fuckt so ab ne gar kein bock auf diese fliege kacke hier die ganze zeit da steht noch ein text gif ok ich bin jetzt hier ganz oben auf dem pillar übrigens ey da können wir uns vorbei sneaken komm mal mit von hinterm pillar von wo kamen die shots hast du das gesehen ja von wo ich seh es nicht hinterm oh warte ich hab es gesehen oder mach nochmal also ich seh es nicht warte ja ich seh es warte ist ne rocket ich bin mal gespannt von wo das war da wo die rocket hinfliegt ich seh da ne rocket nicht ach krass da lul achtung megaterium kommt nee oh junge oh das schwein ich glaube jetzt kommen wir vorbei ich brauch noch ne rocket aber der turret ist nicht kaputt ist er nicht der steht immer noch da junge das megaterium hat geblockt die sau ja ich hab den nicht getroffen den tag turret achtung er kommt ja ich bin dead oh junge kommt der hier hoch ne kommt er nicht ach das schwein komm einfach hier hoch auf den pillar sonst na der müsste weg sein ah nice ist er nicht oder doch doch ist kaputt guck und jetzt hinterm replicator muss ne weite rakete sein weiiiit muss die fliehen weiiiit weiiiit dann ist hier wohl noch ein heavy oder so ja du hast halt flack das ist ich nicht das abfuck das eine volt ist unpin-coded beim beim ding da beim was beim upload schoscha dort ja okay ich guck mal ob ich drankomme also ich hab bisher das heavy noch oder kein turret gesehen kann ich mal ein bisschen guiden bin jetzt unterm teleporter what what happened ja keine flack halt das fuckt mich halt komplett ab alter ah ok das ist das bin jetzt gerade hinter der main base ok äh ich muss fuck ich bräuchte halt rockets könnte ich mich reinsprengen vielleicht kann ich aber auch einfach reinlaufen ich glaube ich dass die gigas uns was weggefressen haben ist doch schon der übel abfang ja das nervt rein ok ich komm nicht rein aber das pinke volt ahnung da komm ich da rein war einsam transmitter ja warte 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 wenn es wach ist dann sofort aus und rüstung äh ok das ist ziemliche bullshit was hier drin ist sie ist ja es darf aber halt schrott so allein wenn es eine primflag ist dann komm raus und gib mir die dann kann ich hoch und von oben rockets runter schießen das ist keine primflag aber es sind so ich kann dir was zusammenstellen im moment äh ok ich hab ein ammo set für dich ich ich lebe und ich hab den rocket launcher ja ok außer meine leiche bucktail im mesh du bist ja jetzt eh schon hinter der base ne vergiss ich hab den rocket launcher nicht meine leiche ist runter gefallen ok warte ich hab knapp den wuchs ja warte 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 alles easy schön ok ich bin an meinen leiche ok ich hab eine rocket hast du noch rockets ja komm runter wir die geben komm nach hier unten ja weiß ich nicht ich würde hier oben lass willst du von da oben weil ich würde sonst sagen lass hier unten rein sprengen weil hier ist der main eingang hinter dieser wand am besten vielleicht nicht dass der pillar mit weg geht vielleicht da hinten hier da weißt du ok ne bemeint gut das ist ein loch da ist wieder ein genny ausgegangen das wird warte ich check mal rein uh hallo intern ja oh personal room jungen ich bin rausgefallen royal fridge 1rex danke baby jungen lost voll nett hier oh unpin coded bolts das element oh das ist ein emote das nimm ich jungen ein emote jungen ist noch armor ganz viele gläser noch mehr armor noch mehr armor noch mehr armor cryo fridge war gar nichts aber das ist personal room warte wir können den nächsten kaputt machen äh gehen wir mal raus ja ja ok hupf kannst du eigentlich da hin hupf kennengeler meint ja oh shotgun hier nice äh volt hier der hat dann das übel sattel smithy wo nix drin war der typ hat richtig sattel hier hier ist ein volt mit moin ne kanone 20 rockets ja übel viele batterien heavy turret heavy turret 8 heavy turret pack ein dick ist hennen flack oh der ist gut der schrank das ist ein guter das ist ein guter personal schrank oh ja warte mal die flack wird aber erstmal angezogen dann kenn ich nix ja gündi die shotgun wird auch reingesteckt was ist was habe ich eigentlich für eine ekelhaften helm ala die armor von denen ist richtig garbage also die flack ist richtig kacke Achtung hat knallt sekund 3 2 mach bumm oh hier ist ein volt oh da oben sind auch ein paar guck mal ja guck mal der ist bunt hat nichts doch der hat grappling hooks on must warte ich brauche welche äh ganz oben ist locker der leader volt ja da ist ein cryo fridge das ist locker leader hier oben hier boah grappling hooks ohne ende alter manas sind hier an juvenile und baby jungen lösch dich hier sind fertige manas drin ne sind auch babys schörse hier im cryo fridge rocket launcher ohne ende gasbags oh sind auch fucking babies was ist mit den menschen keine ahnung alter was hat der hier drinne rockets und rocket launcher wie sau water rockets hast du mitgenommen ne rockets nicht rocket launcher meinte ich hab mich versprochen das ganze können wir halt gar nicht mitnehmen außer wir finden gas back hast du noch raketen irgendwo waren doch da unten auch rockets gewesen oder hast du die eingesteckt was ist das denn hier warte mal ne hab ich nicht ich dachte du hast die ne ne hab ich nicht hier waren wir schon ne hier waren wir noch nicht hier waren wir noch nicht ich mach mal noch ein jeet moment achtung also eigentlich ist egal das würde ich nicht stören pass auf ne hallo ferrox was ist das denn lol das war noch für 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 ein upcoming tribe member oder so i don't know warte ich mach da noch nen jeet rein ne nicht da ähm was ist hier oben in dem bag hast du hier geguckt wo er ist ein bestel ok ok warte gleich mal den tag aha hier ist noch ein tresor äh ja kann man machen der ist pin coded die sau oh das ist nie der tresor hast du noch ah ne ist im giga ne scheiße warte willst du mit rocket launcher weg machen ja lass drauf ok oh fuck ja gut ja are you kidding me schweine pass auf wegen turrets ne naja der tower ist hier hinter den forges der kann uns nix hier vorne das äh das das vault ist für'n arsch warte prayer fridges Achtung nalt oh warte hier ist ne atro im kühlschrank nice ah ne fuck war ein blattster oh oh ciao das war die indie forge ich glaub hier kann ich den tower mal ein bisschen dezimieren nein n 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 turn tower down waren wir eigentlich schon ganz oben n 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 Hey, hier ist ein 143 Amor Magmasaurus Sattel. 143. Alles klar. Ne Metalcliff-Plattform, POG, Unterwasser-Compartment. Terry? Scheiß, Digga. Was ist das für ein Terry, Boah? Was machst du da? Hör auf! Lass doch die Tiche in Ruhe, Schweine. Guck, wie sie sich totstellen, die Schweine. Ich bin an der Crafting Station. Hi, ich auch. Was gibt's hier so? Grün C4, Junge. Warum denn nicht, du Schwein? Hier ist Tech-Suit, aber auch nur ein Teil. Warum liegt es denn der Smithy, Mann? Guck mal, da vorne ist der Tech-Jenny. Ja, hier ist der Replicator. Warte, oben sind Walls, also. Pass auf. Das da hinten ist dieser dreckige Bloodstalker, der da rumsteht. Warte, ich will mal grad hier hinten rüber. Hast du noch Rockets? Ich bin gerade dabei, welche zu holen. Oh, wo ist der Heavy? Ich hab ihn gesehen. Ähm, warte. Unter dem Skiff, glaub ich. Ah ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Das ist normal. Oder? Weiß ich nicht, ich kann's nicht sehen. Ich komm nicht an meinen Body ran, weil dieser scheiß Bloodstalker mich aufgegessen hat. Die Sau. Guck mal, das Kangaroo hier ist dead. Und es sieht aus, als ob's voll auf der Kiste chillt und so richtig good time hat. Hä? Du bist einfach tot, Junge. Hä? Ich stütze aber die Hände ab. Hä? Oh Mann, ey. Oh, hier ist ein Bloodstalker. Ein Schnorchler ist hier. Oh, ich mach jetzt den Yeet auf meinen Mund. Wo ist der Leiche? Ich hab doch einen Grapple. Ja, ich auch. Aber der hat ihn gefressen. Da ist keine Leiche. Ist nur Back. Au. Okay, Yeet. Habs. Okay. Egal. Komm mit. Wir rocketen jetzt den Tag, Jenny. Komm mit. Zieh rutsch. Wollt ich guck? Ja, ja. Hat getroffen. War zu kurz. Ist auch. Hast du noch Rockets? Ja, ja. Ja, kannst du auch welche geben. Kann ich auch schießen. War ein Hit. Ich versuch mal nochmal zu schießen. Ja, fuck. Sammy hat noch an. Ja, warte. Den kann ich aber Back machen. Hier, ich geb dir mal noch die Hälfte der Rockets. Warte, ich geh mal auf den Bloodstalker. Au. Und I'm... 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 Be right back. Wollte ich ja einfach nur sagen. Egal. Wär doch gelacht, wenn ich die Sau nicht von da vorne... Ja, und sind noch zwei Normal Turrets auf dem Greenhouse, ne? Auf dem Greenhouse? Ja. Hintern Tag denken musst du. Ja. Kannst du einfach ne Rocket schießen und dich umbringen. Oh, ich hab den BP Schrank gefunden. Ja, kannst du einfach ranlaufen und ne Rocket schießen. Ich guck mal gerade, wie das hier aussieht. Äh... Warte. Das krieg ich vielleicht aber auch einfach so hin. Indem ich einfach... Warte. Äh... Wait, I'll try. Der wie aus? Äh, ne. Der weg ist, ist halt easy. Uff. Okay. Das Turret steht noch, aber alles andere ist kaputt. Ja, das ist halt rum. Was machst du, du Schwein? Warum lachst du jetzt wie so ne Hand... Boah, ich... Ich wollte es runnen. Aber das Heavy war schneller als die Rakete. Ich kann jetzt das Heavy runnen. Ich hab den einen Tag Turret auf der anderen Seite done. Und jetzt kann ich ran. Glaub ich. Ja, ich bin auch wieder da. C4 ist dran. Na, ich kann einfach Muni rausnehmen. Lul. War nicht gepin-coded. Keck weh. Wow. Ich hab halt genau das erwartet, dass das Ding pin-coded ist. F*** ab. Mach den scheiß Tag Turret weg. Der steht bei den Gigas. Dahinter. Ich hab die Rocket geschossen und der hat mich in der Sekunde zurückgeballert, alter. Dann hab ich die gegen das Zinn im Geschoss und mich selbst ge-eatet. Hahaha. Ich kann erst mal wieder hoch equipen. So, kannst du jetzt mal weg machen? Der da. Genau der. Ja, ich bin dran. Ich bin dran. Nein! Das ist 200 Element drin. Mach was. Und das ist sche... Warte, ich hau den einfach mit dem Raketenwerfer kaputt, Junge. Bam. Das geht nicht. Scheiße, ich hab keine Tools. Oh, ich wehe. Du machst jetzt irgendeinen Scheiß schon wieder, Junge. Ist da eine Rakete drin? Nee, ist nicht. Schade. Ist hier eine Rakete drin? Du siehst doch, ob deine drin ist. Was ist das für eine Frage? Aua. Was ist das für eine Frage? Ich grieve die jetzt, Junge. Ich burn das Element. Nee. Als ob hier nicht irgendwo eine Scheiß-Art hole oder sowas ist, Mann. Ih, ist schwein, Junge. Ich muss reisen. Yes. Ich bin jetzt mad, Alter. Jetzt wird hier auf asoziale Art gespielt. Ich bin eingebrochen. Hast du gehört? Nee. Ich bin geklallt. Ich suche jetzt versteckte Gamer. Ich bin jetzt im Greenhouse. Ich suche jetzt versteckte Gamer. Und ich hau jetzt. Ich raide diese Scheiß-Normal-Turrets von innen. Weg mit dir, du Schwein. So. Leute, hier sind chinesische Schriftzeichen auf den Wänden. Zu. Zu. Ja, ja. Und dann irgendwas Gemaltes und so. Sollen die motivieren zum Malen oder was? Junge, lässt du eigentlich deine Leiche hier decayen mit dem ganzen OP im Flak und so? Oder hast du nicht so Bock mitzunehmen? Lässt du eigentlich decayen oder hast du nicht so Bock mitzunehmen? Okay. Haha, lösch dich. Fuck das ist mein für dich, weil sonst heulst du nachher. Und so, da ganze was darf. Oh, nett. Wie hat der Tank-Turt noch einen Boost mitgegeben, Junge. Halt. Junge, warum ist denn fucking Glasstruktur übelst resistent gegen Feuer, man? Ich fackel den in das Screen aus hier ab. Du bist lost. Das wird jetzt systematisch hier weggeraidet. Die Schweine, man. Was? Als ob das so auf der Seite steht. Jetzt, 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 jetzt habe ich es gleich. Warte. Okay, das Kaputt-Turt ist dead. Was passiert, wenn ich auf das Känguru hier schieße? Gar nix. Was? Wer tankt da so viel? Hallo? Wer ist Jojo? Das Schaf tankt komplett 20 Kompon-Baufeile. Was mit ihm? Hallo? Killerscharf. Was mit ihm? Ach, ich habe das falsche getroffen. Ich dachte ihm irgendwas verbuddelt. Oder wo haben die denn ihre... Es ist noch eine Zelle, die ist noch nicht offen. Wie ist das so? Die haben nicht eine Art. Warum willst du dich echt komplett verarschen? Die Chinesen. Die farben einfach bum bum. Die brauchen keine Art. Oh, hier! Wo bist du? Komm her! Ich liege hier gerade. Wo bist du denn? Hier hinten. Ja! Wo ist hier hin? Hier! Ah, da. Ja, ich komm. Was denn da? Der Parasaurus. Was mit dem? Das ist das. Das ist Parasaurus? Ja. Ah, ja! Okay. Versteck die Schweine. Turtles 2 und Rex. Damit können wir Meatrun. Der hat 600% Melee, Junge. Auf geht's! Hol'n raus, warte. Hier! Hol'n raus, die Sau. Hast du die Dingoist, die Turtle? Nee! Scheiß, die Sau. Der Rex räumt auf, Junge. Hast du dich wieder weggedrückt? Ja! Ich muss an die Decke, was? Ich muss über ihn, ja. Macht übel Damage, das scheiß Ding! Nicht? Doch! Fast 300%! Toll! Toll! Ihhh! Hm! Ist das sein Bag? Wow! Nur'n Sattel, gar nicht. Dank für nix. Du musst jetzt gleich mit rauskommen, dann schießen wir beide drauf. Mit Combo und mit Shotgun. Ja, wo soll ich denn? Ich hab keine Grappling Hook mehr, ne? Ja, hier hoch sprengen. Kommst du mir hier hoch? Hier auf die Peller gegenüber vom Eingang. Hier werde ich geröstet, ne? Ja, ist mir egal. Du hast Mad Bruce. Hab' ich nicht. Hab' ich nicht. Hast du? Nein, hab' ich nicht. Hast du gar nichts, du Schwein? Ja, hab' ich auch nicht. Ja, dann komm' ich mit nach drüben. Hier ist Schatten. Ich komm' hier auch nicht hoch. Anstatt du mir Grappling Hooks gibst, weißt du? Ich hab' keine. Als ob. Hab' wirklich keine. Junge. Ich mach' die Shotgun und booste' ich nach oben. Warum, warum geht der jetzt hemmen, der Schwanz? Ach, du bist da. Nimm' noch die Shotgun. Warte, ich hab' was besseres. Ich komme! Jetzt hab' ich doch noch Durst. Ach, heul' doch nicht, Mann. Ich heb' ab. Nichts hält mich am Boden. Oh, tschau. Ey, die Schwein-Drecksau, verpiss dich, du fliegendes Aasgeiervieh, ey. Der Düffi ist doch dabei. Oh mein Gott. Ja, verrückt. Mein Kid. Ich mach' das jetzt auf. Hier ist mir egal, als du sagst. Du Schwein. Was machst du jetzt auf? Uff. Uff. Da ist immer gestorben, Junge. Ich hab's genau gehört. Mein Baby-Gas-Bank ist hier nicht... Wo ist er? Oh. Der ist pin-coded, der... Ja, genau. Junge. Hier ist da die Sau. Oh, Giga. Befertiger. Mit Melee. Oh, let's go, boys. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Bringt das aber ja auch nix wirklich was, ne? Geht. Der ist nämlich nur 25, der... Oh, ey. Aber der hat ein gutes Boden. Nix war da 20%. Ja, dann beiß jetzt hier alles tot. Mach' ich jetzt. Achtung, der eine Giga hat Bock da. Nee, nee. Hat das nicht. Iiii, schieb' dir nicht zu mir. Giga-Sau. Ich bin overweight. Was hab' ich getan? Oh, ich hab' die Schafe aufgegessen. Haha. Dad. Alles weg, Junge. Mach' jetzt mit Bum-Bum. Hab' keins mehr. Deswegen müssen wir mal den anderen Giga noch killen. Den zweiten. Der hat meins nicht hier, was ich noch hatte. Na, dann geh' hin. Ja, klar, ich warte. Hab' hier anderes Problem gehabt. Scheiß, Jenny läuft halt immer noch, ne? Oh, oh. No! Der hat Mesh... Mesh gebeitet, du Sau. Ich hab' ihn fest. Ey, der ist schon geblutig, Junge. Geh' mal nach Hause, du Schwein. Giga-Rules. Rich. Au. Hm, hm. Du Klaus, du Sau. Hallo. Achtung, Rex. Fick dich. No. Wieso ich? Weil ich schon tot bin. Hahahaha. Ich hab' an... Du wolltest joink' nur. Ich hab's genau gesehen. Oh. Was hab' ich denn hier alles Schönes gelootet? Oh, ne Pumpgun. Gutes Flak. Crafted by Kay. Nehm' ich mit. So, ich hab' 3 zu 4. Hab' das Bum-Bum gefunden. Oh, was ist jetzt los hier? Hab' das Bum-Bum gefunden. Betten sind alle auf cooldown. So. Also, ich hab' den gelootet. Äh... 28 Homing-Rockets und 28 normale Rockets aus den Walls. Der Rest hab' ich drin gelassen. Kannst' dir gleich mal angucken. Ich mach' kurz betten. Yay. Insane. Kranker Shit. Das war einfach nur der Einzige, der seinen Schrank zugemacht hat. Ne, das war auch der andere hier. Das war irgendwie nicht worth? Ne. Hallo. Es tut mir leid, euch das sagen zu müssen. Ihr hört meine Stimme. Das heißt, es wird gefährlich. Der ganze Bum ist jetzt hier vorbei. Das war's mit dem Rest-Content. Es freut mich, dass es euch offensichtlich gefallen hat. Aber ja, that's it. Das waren tatsächlich die letzten Aktionen, die wir vor diesen etlichen Jahren auf dem Server noch gerissen haben. Und die eigentlich noch zu einem Hauptkanal-Video werden sollten. Das Ganze aber jetzt im Endeffekt hier gelandet ist. Ist ja auch egal. Ich hab' euch auf jeden Fall nicht verarscht mit der Aussage, dass wir da noch einiges getan haben. Naja. Das Ganze war an der Stelle dann eh vorbei. Das war unsere letzte Aktion. Und ja. Dankeschön, dass ihr es enjoyed habt. Dass ihr es geguckt habt. Dass ihr es geliked habt. Whatever. Und wir sehen uns beim nächsten. Was auch immer als nächstes kommen wird. Haut rein. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. tschüss.